so und damit ein hejo und herzlich willkommen hier zurück zu spiderman so wir müssen nach ganz oben aber erst mal holen wir uns hier die vermisste person wegen der besten pizza der stadt ja zehn stunden unterwegs für schwarzen toast mit kaltem käse wie könnte ich das vergessen haben mich irgendwie an die fahrt denken lassen er war so aufgeregt ich musste daran denken wie viel einfacher damals alles war keine jobs keine super schurken wir konnten einen ganzen tag für schlechte pizza verschwinden und jetzt scheint die welt zu zerfallen wenn wir nur pause machen ja es ist hart erwachsen zu sein aber unsere arbeit sorgt dafür dass andere kids auch abenteuer auf staten island erleben können in sicherheit kreislauf des lebens kreislauf schlechter pizza ja du hast recht so sollte man das wohl sehen danke piet ok lassen wir ihn mal raus guten tag sollte man das nicht jetzt machen wir einfach mal zack mal so zack 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 sagt so bitteschön nicht dafür man weiß ja freundlich bin aus der nachbarschaft und so wir müssen mal über eure definition von sicherheit reden zack 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 was 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 sagt und hat was was erst mal fangt nächster verhaften was ist nix mit der stadt los demonstranten zu verhaften ist echt und alle die häftlinge haben geistig sein was was guck was was Zack, 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 zack. Uh. Patz, 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 patz. Nächster bitte. Wie wär's damit? Hm? Patz, patz. Danke sehr. Könnte ich mich nur klonen. Guck mal. Anweisung. Einsatz von Schüttelgeschüttel. Guck. Entschuldigung, ist das der Allzug durch die Stadt? Einwürfeinsatz. Okay, was hat der? 5,5 gleichzeitig. Halleluja. Kommt mal her. Kommt noch mit. Schade. Schade. Zack. Patz, 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 patz. Schade. провulg銭 laser. Schade. Schade. Okay. na kommt schon könnt ihr mich nicht mal aus den konvoi stoppen dann wollen wir mal gucken die sind noch nicht drei fürs bürgerliche leben dachte ich mir auch gerade nicht wirklich bereit für das bürgerliche leben ich verwende gerade ein bisschen zeit so kann ich wenigstens noch ein bisschen neben stoffen mitnehmen zumindest was so die ganzen na finde ich ja gar nicht nett so danke wer das war's schon irgendwie wirken die diebe bisschen nachlässig in letzter zeit kein kein dings vom haupt zähl hallöchen ok strom schlag fünf gegen die gleichzeit sagt sagt dann haben wir das gemacht sagt und schon haben wir auch für mich vielen dank international da kommt da noch was und wo 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 da kommt bam so nie ist da zack level ab ok komm dann machen wir heute mal ein bisschen neben stoff und dann nächstes mal halbdings ich habe ein lösungs vorschlag tanz wettbewerb auch 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 so von wo wenn die denn noch überall baller tschüss irgendwo sind noch mehr ich aus der sicht ok dann machen wir wie gesagt heute mannen neben staff aktion und dann werden wir dann ja in der hinsicht dann morgen mit der hauptmission fertig weitermachen glaube ich besser so weil es jetzt schon angefangen hat mit dem ganzen kram und die halbe folge haben wir jetzt im grunde das nur gemacht deswegen glaube ich das am sinnvollsten so okay polaris nächste forschungsstation problem lüften ok eine große befürworter der städtischen dampfheizungen sie ist ein umweltfreundlicher als fossile brennstoffe aber hohe druckkraft kann zu exklusionen führen die station überwacht den druck in speziellen gebäuden hilf mir auskopf von der effizienz zu überzeugen harry hat viel investiert hat er bei seiner mutter zu bewahren in einigen gebäuden in der nähe steigt der druck rasant an das problem wird anscheinend durch defekte regler verursacht ich muss sie zerstören bevor der druck zu hoch wird und das gebäude explodiert wenn die die kaputten regler ersetzen ich habe keine zeit für eine sanfte lösung das ist wirklich so glück sind die regler draus mit einem gut gezielten netzschuss kann ich sie zerstören die wette wird und schärmissen seine show morgen mit einer spiderman verwüstet gebäude story vertreten vergessen alleine kann eine explosion auslösen so oben da kommt schon zwei was macht denn gott meine fresse viel zu viel viele leute im gebäude keine zeit zum evakuieren jetzt liegt es an mir das ist das kann ich problemlos zerstören die stadt kann sie leicht reparieren zack 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 wo haben wir hier noch welche an der seite so da die frage jetzt ist natürlich wo sind noch welche hier zack 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 ok schnell aufs dach und sicherstellen dass der druck korrekt abgeführt wird und ab nach oben so wo bleibt mein spinnensinn alle sind in sicherheit ich habe besser ab bevor mich hier für jemand haftbar macht wäre eine idee spidey zack zack dieses stück von mysterious helm war die inspiration für meine linsen los zeig mich an goldfisch glas mysteriös ok interessant alles foto war ohne namen kommt hier hinten ist ein irgendwas wenn wir gleich mal das ist die kerne außer gefecht setzen bevor es verletzte gibt sch tempel meine fresse hier das ist die die für die 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 schmerzen die 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 alles klar peter startverbot so dann holen wir uns noch die eine taube dahinten bzw versuchen wenn wir denn gelassen werden das sind tauben eigentlich stimmen hoffen wir mal nicht das könnte ein bisschen und vollkommen meine so und das können wir gleich mitholen dann haben wir das auch gleich verworfene kostüm entwürfe nicht schlecht aber die weiße spinne war der richtige weg die weiße spinne genau so schweben mal ein bisschen drüber und ich würde sagen wir warten da drüben hier drauf und in der nächsten folge machen wir dort mit der nächsten mission weiter und ich würde sagen da wird es dann um rhino gehen also dementsprechend tschüss tschau euer lewes kisser und ich würde sagen